Hallo und willkommen zu einem weiteren Modspotlight. Bei diesem Modspotlight geht es um die Mod Industrial Revolution. Zuerst mal die Mod Industrial Revolution basiert auf Industrial Foregoing, die wiederum auf Mindfactory Reloaded basiert. Bei dieser Mod geht es vor allem um technische Maschinen, das könnt ihr glaube ich schon ganz offensichtlich erkennen, und vor allem auch um Multikonstrukte, die ich euch aber in diesem Tutorial nicht zeigen werde. Wir gehen hierbei erstmal nur auf die Generatoren ein und auf die grundlegenden Maschinen. Wenn ihr allerdings noch weitere Tutorials sehen wollt zu dieser Mod, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Wir gehen aber jetzt erstmal auf das Ganze ein und grundlegend erstmal der Hinweis, diese Mod ist unglaublich wirrgeschrieben und teilweise auch etwas seltsam, denn zum Beispiel in Just Enough Items werden eigentlich diese Rezepte nahezu nicht angezeigt. In Roughly Enough Items wiederum werden die Rezepte angezeigt, aber auch da nur Roughly, also teilweise. Und deswegen versuche ich euch das Ganze heute mal relativ simpel zu erklären. Außerdem der Hinweis, es gibt ein Buch und in diesem Buch könnt ihr euch natürlich genauso Hinweise holen. Allerdings würde ich sagen, dieses Tutorial ist wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher, deswegen viel Spaß damit. Beginnen wir aber erstmal mit den Generatoren. Wir haben hier vier verschiedene Items, die zum Generieren genutzt werden können. Einmal den Coal Generator, einmal den Solar Generator, einmal den Biomass Generator und den Heat Generator. Zuerst mal natürlich der Kohle Generator, der funktioniert, indem man da Kohle reinschmeißt. Machen wir rein, ihr seht die Energie geht da ganz schnell nach oben. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit Kohle, sondern eigentlich mit allen brennbaren Materialen. Das heißt, ihr könnt Holz reinlegen und dann läuft das natürlich genauso. Außerdem kann hier dadurch Hitze erzeugt werden, je länger das Ganze eben arbeitet. Das Ganze kann dann eben auch reduziert werden und zwar genau in dieser Reihenfolge. Zum Beispiel können wir dann hier ein Fan reinlegen und der reduziert die Temperatur dann einfach ein bisschen besser. Die Cooler Cell noch mehr und der Heatsink noch viel mehr. Also auf jeden Fall schon mal wichtige Informationen, um diese Generatoren zu nutzen. Bei der Solarenergie ist es übrigens genauso möglich. Auch da können wir runterkühlen und würde ich auch empfehlen. Und natürlich funktioniert der nur tagsüber. Dann haben wir hier den Biomasse Generator. Dafür benötigen wir Biomasse. Also was letztendlich bedeutet, wir brauchen zum Beispiel Oak Planks oder Weed. Also kann ich euch gerne mal zeigen. Wir haben nämlich hier beim Recycling jetzt die Möglichkeit, uns das Ganze mal anzuschauen. Und da sind zum Beispiel natürlich Seeds, Pilze, Kartoffeln und so weiter. Dass da jetzt Planks dabei sind, finde ich eher witzig und deswegen wollte ich euch das mal zeigen. Aber genau, wir können das Ganze also nehmen und dann erstmal in einen Recycler packen. Ganz wichtig, daher schmeißen wir das mal rein. Und der braucht dann logischerweise auch nochmal Energie. Um euch das zu zeigen, habe ich mal ganz kurz noch einen Solargenerator daneben gepackt. Und wir sehen, da produzieren wir Biomasse. Diese Biomasse wiederum können wir dann nehmen und hier reinlegen. Von daher, damit wird Energie produziert. Und auch wichtig der Hinweis, hier sehen wir zum Beispiel 10.000 LF. Hier wiederum sehen wir 500 LF. Und hier sehen wir 1.000. Also das sind schon mal verschiedene Mengen. Das heißt, auch wenn es gerade nicht so schnell voll geht, ist es einfach ein bisschen schneller, weil hier eben der Speicher kleiner ist. Dann haben wir natürlich noch den Heat Generator. Und da geht es einfach darum, naja, heiße Flüssigkeit reinzubekommen. Und in dem Fall haben wir in Vanilla Minecraft eigentlich nur Lava. Deswegen kommt es hier rein und ihr seht, da wird produziert. Und diesmal sind wir wieder bei 10.000. Von daher dauert es natürlich ein bisschen. Da Lava relativ einfach zu bekommen ist, produziert es natürlich auch nicht so viel. Aber man muss sagen, der Verbrauch ist relativ gering. Von daher eine ganz nette Methode, um das zu machen. Und ihr seht auch schon, je länger das Ganze eben läuft, desto schneller wird es auch. Gut. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. Das hier ist nur ein kleiner Hinweis, denn das hier ist unser kleiner Energiespeicher. Also wenn wir den jetzt zum Beispiel nutzen, den Kollegen hier, Lazzoli Flux Container, dann können wir da letztendlich unsere Energie einspeisen und können damit dann letztendlich einen kleinen Speicher aufbauen. Ich habe nochmal ganz kurz eine Mod hinzugefügt, mit der wir jetzt auch oben sehen können, was für ein Item wir gerade anschauen. Aber gut, machen wir weiter mit den Maschinen. Und da beginnen wir erstmal mit einer sehr einfachen und zwar dem Electric Furnace. Der Electric Furnace funktioniert logischerweise genauso wie auch eine normale Furnace. Genau, das heißt wir können hier Raw Gold reinpacken und das Ganze wird dann eben auch durchgeschmolzen. Auch hier haben wir die Möglichkeiten, coole zu verwenden. Und auch wichtig, es gibt natürlich verschiedene Upgrades, aber auch die kann ich jetzt nicht alle in diesem Video erklären. Ein kleiner Hinweis außerdem, je höher wir hier diese Stufe haben, desto mehr Vorteile genießen wir bei jeder Maschine. Das haben wir bei vielen verschiedenen Maschinen. Nicht bei jeder, aber ihr seht ja, überall wo MK1 steht, könnt ihr auch damit rechnen, dass es da verschiedene Varianten gibt. Die nächste Maschine ist der Pulverizer. Der Pulverizer, der ist eben dafür da, um Blöcke zu zerlegen. In dem Fall könnten wir zum Beispiel eben Erze nehmen. Das heißt, wir schmeißen hier mal Eisenerze rein und die werden dann nun pulverisiert. Und dadurch bekommen wir dann auch meistens mehr Ressourcen raus, was auch sehr hilfreich ist, um zum Beispiel dann unsere Erze zu vervielfachen. Und ihr seht, da kamen jetzt zum Beispiel drei Eisen raus, was eben eine gute Menge ist. Und die könnten wir dann hier wieder reinschmeißen und schmelzen. Die nächste Maschine ist der Kompressor. Der Kompressor ist letztendlich auch genau dazu da, um Dinge zu zerdrücken. Dafür können wir zum Beispiel jetzt wieder Gold nehmen, legen das Ganze hier rein und warten einen Moment ab, bis das Ganze dann platt gedrückt wurde. Und damit können wir sehen, wir haben eine Platte bekommen. Cool, weiter geht's. Wir haben hier den Solid Infuser. Der Solid Infuser, wie der Name auch da schon sagt, er infust Dinge zusammen. Das heißt, wir nehmen zwei Materialien und machen daraus ein neues Item. Normalerweise kann man das für sehr einfache Sachen nehmen, um zum Beispiel Pflanzen zu vervielfachen. Da könnte man beispielsweise einen Baum nehmen und eine Pflanze und dann kommen hier zwei raus. In meinem Fall möchte ich aber was Cooleres zeigen. Und zwar, wir können jetzt einfach Eisendust und Koldust nehmen. Schmeißen wir hier rein, warten wieder einen Moment ab und dann sollte da normalerweise gleich was Besseres rauskommen. Und nachdem ein bisschen Geduld vergangen ist, können wir auch schon sehen, dass wir hier nun zwei Steel Dust hergestellt haben, die wir dann wiederum zu Stahl verarbeiten können. Die nächste Maschine ist eine Sommel und die Sommel, die ist eben zum Sägen da. Das heißt, Holz rein und dann sollten da auch gleich ganz viele Materialien rauskommen. Und das Positive ist, dass es nicht ganz so lange dauert, da eine Säge ja vom Prinzip etwas einfacher gehalten ist und dadurch ein bisschen schneller gehen kann. Und ihr seht, wir haben jetzt zum Beispiel sechs Planks statt vier rausbekommen und dazu noch ein bisschen Sautest. In der nächsten Reihe sehen wir, wir haben wieder einen Smelter. Der ist allerdings ein bisschen stärker als ein normaler Smelter, denn der sorgt eben nicht dafür, dass wir das Material einfach ein bisschen verarbeiten in der Form, sondern wir machen das sogar flüssig. Also können wir zum Beispiel hier dieses Purified Tin Oil nehmen, das hier in dieser Mod eine Besonderheit hat. Und wenn wir das hier reinpacken, dann produzieren wir daraus eine Flüssigkeit, weil eben so viel Hitze erzeugt wird. Braucht logischerweise dafür auch ein bisschen mehr Energie als normale Maschinen. Und hier sehen wir, wir haben zum Beispiel jetzt 555 Tin produziert. Als nächste Maschine haben wir hier den Kondenser. Der wiederum kann genau das wiederum drehen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier Flüssigkeit produziert. Die wäre hier drin. Die können wir dann einfach nehmen und können die dann hier reinpacken. Also von daher wird das Ganze jetzt trocken gemacht und daraus können wir dann eben die harte Form davon nehmen. Und das sehen wir jetzt hier. Wir haben daraus Tin Chunks bekommen. Übrigens brauchen wir dabei immer nur insgesamt 111. Das heißt, in diesem Fall haben wir aus diesen 1 Tin Orb in Purified würden wir dann insgesamt 6 von diesen bekommen, die wir dann wiederum pulverisieren können. Und dann wieder, was sage ich, 5 Stück rausbekommen, die wir dann pulverisieren, dann schmelzen. Und dann bekommen wir aus einem Erz insgesamt 5 Stück raus. Aber das zeige ich euch gleich zum Schluss. Das nächste, was wir hier haben, ist ein Train. Der Train, der wirkt ein bisschen wirr, denn wir haben hier eine Anzeige. Die sieht ganz klar aus. Das könnte hier zum Beispiel entweder Energie oder Flüssigkeit sein. Aber wie man sich schon denken kann, der wird Flüssigkeiten ziehen. Das kann ich euch natürlich sehr gerne zeigen. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Und dann zeige ich euch das hier anhand von eines Tanks. Ich würde mir nur ganz kurz einen neuen holen. Okay, da sind wir. Also, wir haben jetzt hier einen kleinen Aufbau. Und zwar einmal haben wir eine Flüssigkeit, in dem Fall natürlich eine unendliche Wasserquelle. Wir haben hier unseren Train aufgestellt. Daneben eine Energiequelle. Dann haben wir noch eine Pipe aufgestellt, die übrigens dann jedes Mal hier diesen wunderschönen Server hat. Und dann hier diesen Tank. Und jetzt solltet ihr es sehen können, die Flüssigkeit wird hier rausgezogen. Warum diese Anzeige jetzt nicht funktioniert, kann ich euch ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich hätte mal vermutet, da sollte Wasser drauf. Aber gut, die Mod ist ein bisschen heikel. Übrigens geht das Ganze natürlich noch viel geiler, denn es ist ein bisschen doof, jedes Mal die Flüssigkeit rüber zu haben. Deswegen gibt es hier zum Beispiel die Pump. Das bedeutet, wir brauchen hier letztendlich einmal einen Generator oder irgendwas, was eben Energie dort einführt. Wir brauchen einen Tank. Und ihr seht, wir haben jetzt hier Lava darunter. Das heißt, ich nehme mal die Kohle, mache die Maschine damit eben an. Und dann sollte der sich nach unten fahren. Das können wir jetzt ganz unauffällig ein bisschen erkennen. Und auch der kann nicht nur ein Block drüber sein, sondern den könnten wir wahrscheinlich sogar fünf Blöcke drüber setzen. Und ihr seht, damit können wir Lava entsammeln. Also eine ziemlich praktische Mod oder ein ziemlich praktisches Item, um eben Flüssigkeiten zu sammeln, um zum Beispiel den Neter leer zu räumen. Zuletzt haben wir hier noch eine Maschine, die es ziemlich entsichert. Den Fluid Infuser. Der Fluid Infuser sieht erstmal sehr komplex aus und das ist er auch einigermaßen. Aber wir brauchen hier letztendlich eine Flüssigkeit, ein Item und bekommen daraus dann ein Item und vielleicht sogar noch Flüssigkeit dazu. Das heißt, in diesem Fall haben wir mal hier Sulfuric Acid. Und dazu haben wir dieses Purified Tin Ore, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Das heißt, wir können das Ganze hier letztendlich mal reinlegen. Machen wir so. Und dann haben wir hier unser Purified Tin Ore. An dieser Stelle muss ich mich ganz kurz korrigieren. Da sollte eigentlich das Erz rein. Da habe ich mal ganz kurz hier ein Erz rausgenommen oder gleich mehrere. Das heißt, wir schmeißen das hier rein, warten dann eben einen Moment ab, bis das Ganze fertig wird. Und dann sollten wir gleich dieses Purified Tin Ore haben, das wir ja letztendlich benötigen, um dann zum Beispiel fünffach Erze herzustellen. Wir haben es geschafft. Wir haben mittlerweile hier wunderbar unser Purified Tin Ore rausbekommen. Und damit sind wir auch durch mit allen Maschinen, die wir hier so in diesem Pack erstmal grundlegend haben. Zumindest die simple Maschinen. Aber was ihr vielleicht schon mitbekommen habt, es gibt noch sehr viele große Multikonstrukte, die ihr noch kennenlernen könntet. Deswegen ist die Frage an euch, wollt ihr diese sehen? Denn wenn ja, schreibt es sehr gerne in die Kommentare und dann kann ich mir ein kleines Bild daraus machen. Und vielleicht gibt es dann auch weitere Tutorials zu dieser Mod. Also von daher, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ciao.